Donatello Während Donatello den Anschein erweckte, stetig mit erfolgreichen Künstlern und Gönnern zu verkehren, knüpfte er im Allgemeinen jedoch gar nicht gut mit anderen Menschen an. So berichteten Zeitgenossen, dass er manche seiner Werke lieber zerstört habe, anstatt sie an jemanden zu verkaufen, der in seinen Augen geschmacklos war. Untertitelung des ZDF, 2020